Hey Leute, nicht vergessen, falls ihr das nächste Mal Robux kauft, vergesst nicht unten rechts hier auf diesen Starcode zu drücken und dort Roman einzugeben und auf Validate zu drücken. Dadurch könnt ihr mich unterstützen, ohne dass es euch irgendwas kostet. Vielen Dank! Yo, Leute! Wilka wieder zurück zu einer neuen Folge Roblox hier mit Kira und Anna! Hallo! Heute sind wir in einem gefährlichen Tempel und heute werden wir gemeinsam versuchen, diesen Tempel zu besiegen. Oder vielleicht auch nicht. Hier sind Pharaonen und andere sehr spannende Sachen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe das schon mal gespielt und es ist, glaube ich, gar nicht mal so leicht, das zu machen. Ich würde sogar sagen, wir gehen auf Modus leicht, weil das ist, glaube ich, für uns... Nein! Die Tür geht zu! Oh no! Also, was wir jetzt versuchen könnten auf Anhieb ist Mittel. Komm, lass Mittel ausprobieren. Wir kriegen das hin. Wir sind doch Profis, oder? Warum bin ich einfach direkt auf Schwergeheiz? Also, ich muss wirklich sagen, ich glaube sogar leicht ist schwer. Okay, was wollen wir nehmen? Tempel der Sterne? Sogar leicht ist schwer. Tempel des Glaubens? Was wollen wir nehmen? Wir nehmen die Sterne. Die Sterne? Okay, dann lass auf das Blaue gehen. Okay. Tempel der Sterne. Oh mein Gott. Warte, wo ist das Blaue? Okay, der Timer geht runter. Finde alle fünf Relikte, um zu entkommen. Achte auf den Juwelenwächter. Oh mein Gott, wie schnell geht denn das hier schon los, gell? Oh oh. Hä? Okay, wir müssen jetzt hier links und rechts überall langlaufen und die Obbys schaffen. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Und oh mein Gott, hier ist ein Feuerspeier bei mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wollen wir versuchen? Da da hinten. Immer hier. Hi, ich bin bei dir. Oh mein Gott, es ist so dunkel hier, gell? Mega, ich brauche eine Fackel oder sowas. Bei mir ist es gar nicht so dunkel. Ich habe schon das erste Relikt gefunden. Und ein paar Diamanten habe ich gerade eingesammelt. Yeah. Das ist ja schon mal gut. Oh Gott. Ich bin das Pinke. Da ist, glaube ich, einer, aber oh Gott. Wir brauchen insgesamt fünf Diamanten. Oh mein Gott, ich habe gerade geschah. Moment, arbeiten die ja alle zusammen oder sind alle gegeneinander? Doch, wir arbeiten alle zusammen. Wir müssen gemeinsam fünf Relikte finden. Hier ist auch ein Relikt. Das ist einfach da oben. Hä? Das ist halt einfach... Hä? Wow. Hä? Nee, nee. Es liegt einfach so irgendwo rum. Ich hatte gerade auch... Ich habe gerade auch gedacht, dass da einfach so ein Relikt einfach so herumliegt. Okay, dann lass mal versuchen, hier hochzukommen. Es ist so schwer. Es liegt einfach irgendwo rum. Es liegt wirklich schwer. Warte. Wo? Ich habe eins gefunden. Hast du eins? Hier sind die Sterne überall. Oh, das ist schon vor mir. Och Mann. Warte mal. Hier ist noch eine Obby, aber die wurde schon geschafft. Okay. Oh, da hinten ist noch eine. Also es sind immer so verschiedene Räume. Ach, ich muss nicht wieder zurücklaufen. Ja, oder du kannst... Ich weiß nicht, ob man sich umbringen kann. Man hat unten rechts Leben und ich habe noch vier Stück. Aber ich weiß nicht, ob das so schlau wäre, wenn man sich umzubringen kann. Um zu bringen, um wieder zurückzukommen. Ja, stimmt. Weil dann verliert man vielleicht sein Juwel. Ja, stimmt. Stimmt. Jeder hat ja die Juwelen. Okay. Ich bin hier gerade auch in der schwierigen Passage. Okay, ich habe ein rosanes Juwel. Okay, okay. Ich bin hier auch mit einem Typen. Der hat es auch geschafft. Oh mein Gott. Okay. Okay, dieser hinten. Ihr habt es geschafft. Ich glaube, wir haben noch eine Minute und wir müssen noch ein Kristall finden. Oh, oh. Hier fliegt ein Kristall. Hast du ein Kristall gefunden? Der fliegt weg. Der fliegt? Ich versuche, dem nachzulaufen. Was? Seit wann fliegen die denn weg, Mann? Keine Ahnung. Der ist weggeflogen. Ich habe ihn verloren. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Oh nein. Der ist irgendwo in einen anderen Raum geflogen. Okay, 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 okay. Das könnte echt schwierig werden. Also man hat in den Servischenall seinen anderen Raum geflogen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Vielleicht ist er wieder irgendwo oben. I don't know. Hey, vielleicht muss man über die Sterne springen. Nee, muss man auch nicht. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Wir brauchen den Netz. Oh nein. Das könnte... Ich habe ihn gefunden. Wo ist der? Wo ist der? Der ist unten. Ist der unten? Oh mein Gott, das ist der da hinten. Ja, bei so Kreissägen und... Oh nein. Hackebeil. Warum hat den denn niemand gemacht davor? Der war doch auf der Hand. Ich bin nicht gerade. Okay. 20 Sekunden. Ich bin bei dir. Ich bin hinter dir. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Hast du ihn? Okay, ich habe ihn. Okay, du hast ihn. Jetzt müssen wir nur noch zur Tür. Komm, schnell, 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 schnell. Ah. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Jetzt müssen wir nur noch zur Tür und wieder zurück. Okay, jetzt müssen wir nur noch zurückschaffen. Nur noch zurückschaffen. Und wir haben nur noch 6 Sekunden Zeit. Ah nein. Wir schaffen das nie. Ja. Wir schaffen das nie. Wir schaffen das nie. Wir sind toll. Los. Los. Wo ist der Ausgang? Oh oh. Oh oh. Da, 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 da. Ja, links. Die weiße Tür. Die weiße Tür. Schnell da rein. Wo? Links, links, links. Ja, ich bin noch rausgekommen. Komm schon raus, raus, raus. Hä, was, Kira? Wurdest du erwischt? Ja. Oh nein. Bei mir barkt es sich. Ich stehe vor der Tür und komme nicht rein. Du stehst vor der Tür und kommst nicht rein? Vor der weißen Tür? Ja, okay. Oh nein. Jetzt bin ich irgendwie durch und jetzt bin ich irgendwo unter... Oh, jetzt bist du bei mir. Hallo. Okay. Ah, da seid ihr. Ah, da seid ihr. Wollen wir das Schwere probieren? Also, ich würde sogar sagen, das war echt machbar, das Mittelmäßige, gell? Wäre, schaffen wir, weil wir sind alle super toll. Oh mein Gott, wurde schwer. Okay, mal gucken, wer hier alles mitkommt und mitmacht. Uh. Kommt schon, wir brauchen mehr Spiele. Wir brauchen mehr Licht. Kann man sich hier Licht kaufen? Oh, es gibt ein Haustier. Ich hab ein Haustier sogar. Guck mal. Man hat hier nur ein Leben. Man hat hier nur ein Leben? Warte, was? Oh mein Gott. Man hat hier nur ein Leben. Okay, das schaffen wir. Okay, okay, okay. Wir brauchen aber dafür acht Spieler. Acht Spieler? Ne, ne, ne. Ich glaub, das startet doch so von alleine. Ich weiß, wir sind nur zu viert und zu viert schaffen wir das doch niemals. Ja, safe schaffen wir das zu viert. Hier, komm. Lass mal den, 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 die Piraten... Ne, lass mal den Schrein der Verlorenen machen. Der Schrein der Verlorenen. Das könnte vielleicht interessant werden. Okay, go. Wir schaffen's. Zwei Minuten Zeit haben wir. Okay, 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 okay. Das müssen wir einfach... Ach so, warte mal. Das wird also einfach nur schwerer, indem man einfach nur weniger Leben hat, gell? Und weniger Zeit. Ne, ist das denn eigentlich nicht. Und weniger Zeit hat man? Oh mein Gott. Hat das auch schon jemand. Oh Gott. Okay, aber ich hol gerade schon eins und ich bin mir schon recht zuversichtlich, dass ich das schaffe. Da ist was. Okay. Und ich hab den ersten und den zweiten schon. Perfekt. Alles klar, alles klar. Ist halt voll mies, dass man auch immer zurückspringen muss, gell? Okay, I got this, I got this. Schnell. Das hat schon jemand. Nicht sterben, Leute. Wir schaffen das. Ich komm gerade vom ersten Raum zurück. Okay, dann nehm ich den Raum hier. Ich warte lieber. Nein, da ist auch schon jemand drin. Oh Gott. Gebt mir doch auch mal einen Raum, den ich machen kann. Zwei von fünf, Leute. Wir haben noch eine Minute. Ich hab was. Ich hab einen Raum. Du hast das? Ja, ich hab was. Okay, jetzt brauchen wir nur noch zwei. Oh mein Gott. Den da haben wir. Hä? Das eine Mädchen hat bei dem Raum hier einfach aufgegeben. Oh nein. Ich bin raus. Du bist raus? Bist du rund? Echt? Seid ihr beide gestorben? Ja. Könnt ihr mir zusehen? Ja, können wir. Ja, wir sind weg tight. Ich versuche hier noch den hier zu bekommen. Nur noch einen. Ich muss nur noch einen schaffen. Okay, ich hab 40 Sekunden Zeit und muss noch einen schaffen. Oh mein Gott. Ich versuche gerade wirklich mein Bestes. Los, los, los. Oh, eigentlich sind die Sprünge gar nicht so schwer, aber die Zeit, die Zeit ist so knapp. Okay, okay, okay. Was ist mit dem da? Da hinten, da hinten. Oh mein Gott. Bin ich der Allerletzte? Sind alle anderen gestorben? Ich schätze. Oh mein Gott. Nein! Mein Kopf. Oh nein. Möss. Okay. Egal. Egal. Dann lass mal. Ey, guck mal. Man kann sich hier seitlich auch Upgrades holen. Was ist das denn? Kann man sich hier ein Upgrade schnappen? Juwelen-Bonus. Upgrade. Coins-Bonus. Ach, das sind nur so Bonis, die man bekommen kann. Es wäre aber voll... Das kann man dann mit Juwelen sich holen. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Hier gibt es einen VIP-Raum. Hier gibt es noch Quests. Vielleicht kann man hier mal eine Quest annehmen. Eine Quest? Eine Quest. Eine wundervolle Quest. Dann kommen wir dreimal in Monus live. Hier hinten können wir sich Tiere kaufen. Hier gibt es einfach einen Teepot als Haustier. In pink. Der sieht richtig cool aus. Ich kann mir gar nicht lassen. Yeah. Ich habe mir einen gekauft. Und jetzt bin ich glücklich. Warte, ich wusste ihn aus. Und ihr müsst mir sagen, wie ihr ihn findet. Das ist Mr. Teepot. Oh, oh Mist. Ich muss den anderen erst ausziehen. Und jetzt Mr. Teepot. Da ist er. Das ist ein Teepot, der laufen kann. Und der wird nur sein Teepot. Ich habe mir eine kleine Kerze geholt. Eine kleine Kerze? Wollen wir es nochmal versuchen, hart zu spielen? Ey, wo habt ihr die Diamanten her? Ich habe Münzen benutzt zum Kaufen. Ja, ich habe auch Münzen benutzt. Oh wow, ich habe gar nichts. Egal, wir müssen noch. Komm, lass mal nochmal so ein schweres probieren, oder? Wir schaffen das. Komm, also easy jetzt. Diesmal. Ey, warte mal. Aber hier kann man sich auch Schlüssel kaufen. Und die kann man dann auch verwenden. Ich kaufe mal vier Stück. Ich habe keine Münzen. Damit kann man sich diese, wie heißt das? Man kann sich damit diese Truhen kaufen, die immer am Ende dort sind, wo auch immer der Künstler ist. Und diesmal sind wir mehr. Diesmal sind wir mehr. Ich habe drei Schlüssel. Der eine heißt einfach Popelpanda, gell? Der ist richtig bereit. Ja, ja, guck. Hi, Popelpanda. Er hat doch so einen Nike-Pullover an. Wie geht es dir so? Oh, der hat... Was geht da? Popelpanda? Ist eure Maschine ein Bambus? Ey, der hat sogar so ein Haustier auf dem Rücken, gell? Also so ein Alien oder sowas hat er. Nein, das ist Yoda. Achso, das ist Baby Yoda. Stimmt. Das ist Baby Yoda. Lass mal Tempel des Chaos nehmen. Das sieht cool aus. Ja, mit diesen... Tempel des Chaos. Woo. Nein, es wird aber die heilige Kapelle. Nein, die heilige Kapelle. Die heilige Kapelle. Hilfe. Okay, lass versuchen. Egal. Wir schaffen das. Jeder muss einen Raum nehmen, damit das funktioniert. Und jeder muss auch seinen Raum schaffen. Das ist auch richtig. Das ist halt... Das ist immer so... Ich nehme den in der Mitte. Komm schon, meine kleine Kat. Wir schaffen das. Oh mein Gott. Mein Raum ist richtig dunkel. In einem hellblauen ist schon jemand. In einem... In einem ist auch schon jemand. Oh, oh, oh. Da ist schon überall jemand. Oh mein Gott. Hier hinten, wenn du hier hinten durchrennst. Ich bin einfach runtergefallen, weil dann... Nein. Okay, ich mache dann deinen Raum. Oh, der Polsky ist auch gestorben. Oh mein Gott. Ich versuche einfach dann deinen Raum. Ihr kriegt es hin. Warte, ich schaue dir zu. Ja, das hier ist der Raum, den ich schon mal gemacht habe. Hä? Ich kann... Warte mal. Ich kann dich aber gar nicht zusehen so richtig. Lebt ihr noch? Das ist... Ja, ich bin... Hä? Der Raum ist eigentlich ziemlich leicht. Äh. Hä? Oh mein Gott, wisst ihr was? Ich glaube, wir sind gar nicht in die gleiche Lobby reingekommen. Kann das sein? Doch, ich habe dich eben gesehen. Ich habe... Ich habe... Wirklich? Nein. Aber warte mal. Ich kann jetzt auch nochmal aufs Spectate gehen. Und dann gehe ich hier noch. Keine Ahnung, das Spectaten ist ein bisschen verbuggt. Aber ich habe dich eben gesehen, wie du hier in dem Raum warst. Ich habe deinen Raum jetzt gemacht. Oh, schade. Ich kann euch gar nicht zusehen, weil das Spectaten wirklich voll geverbuggt ist. Ich kann nur denselben die ganze Zeit zusehen. Ja, das war eben bei mir auch so verbuggt. Schade. Wie sieht es aus? Okay, also... Ich bin heil aus einem Raumhaus rausgekommen. Ich habe auch einen Raum gemacht. Nee, das Dingens haben wir jetzt. Ich bin einfach gerade eben leider einfach in so eine schwarze Stelle gesprungen. Wie soll man in zwei in 30 Sekunden noch reingekommen? Hier ist ekelhafte grüne Brühe. Ekelhafte grüne Brühe. Kaufen Sie jetzt. Die ekelhafte grüne Brühe. Für 99,99. Ach, da... Ich habe hier noch zwei Stück, aber das schaffe ich doch nie. Oh mein Gott, Kira, nur noch wir zwei sind übrig. Ja, aber hier hinten, das ist... Okay, nimm du das, ich nimm das. Okay, ich nimm das. Ja, in 10 Sekunden. Wie soll ich denn das schaffen? Wir haben noch 15 Sekunden. Schafft ihr es? Ja, die jetzt auch schon wieder vorbei sind. Natürlich schaffen wir das. Ich habe nichts geschafft. Bist du gestorben? Ja. Nein! Ja, lass uns jetzt gleich einfach einfach spielen. Komm, ich schaffe es noch. Ich habe den hellblauen noch bekommen. Den hellblauen? Immerhin habe ich noch den hellblauen bekommen. Aber ihr seid nicht in Kommen. Nein. Nein! Wohl, was passiert, wenn die Zeit auf Null ist? Weiß ich nicht, Kopp. Dann verlierst du. Dann kommt der Typ und bringt dich um. Dann kommt dieser Killer und bringt dich um, ja. Lass doch noch mal ein Leichtes spielen. Du kriegst dich nicht, denn ich bin zu toll für dich. Ach, Anna, das ist doch noch E-Game, gell? Genau, ich hole mir jetzt noch den Nieler. Wollen wir noch ein Leichtes spielen? Ich wäre für ein Leichtes nochmal. Komm, lass mal ein Leichtes probieren. Damit wir es vielleicht auch irgendwann mal alles schaffen. Wir müssen es echt mal alles schaffen. Wir müssen jetzt unbedingt mal ein Leichtes gewinnen. Okay, komm. Einfach, oh mein Gott, man hat beim Leichten, man hat beim Leichten einfach zehn Leben. Zehn. Zehn? Was? Was? Lass mal, äh, Spinnengewölbe. Spinnengewölbe ist cool. Spinnengewölbe. Uh. Spiders, wir kommen und zertreten euch. Oh mein Gott, es geht los. Oh, was ist das? Oh, das ist halt Spider, das ist halt so ein... Oh, das ist, das wird schon richtig dunkel. Ih, da ist ja schon... Ih, Ih, das ist eine E-Kraft-Geschraube. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin da auch voll runtergefallen gerade. Wie jetzt? Dieser Tempel ist so ultra dunkel. Ich sehe gar nicht. Nee, also gerade eben durch diese Spinnweben. Ist das, ist das... Oh, ich laufe gegen Popelpanda, mal gucken, wer von uns beiden besser ist. Man sieht einfach gar nicht. Achso, man muss da... Oh, wow. Ja, da muss man runterspringen, da muss man... Da bin ich auch gerade eben durchgefallen. Okay, okay. Ich springe gerade gegen... ...gegen Popelpanda um die Wette. Okay, nein. Überall diese... Ich gehe da rüber. Ah, da ist schon jemand. Ich war schneller als Popelpanda. Ja. Wahoo. Da hast du das Popelpanda. Komm, wir zeigen es heute, den Popelpanda. Junge ist so ein Typ. Okay, ich mache das Feuerteil. Okay, time to do this. Oh Gott. Ach, du grüne Neune. Diese Spikes, die aus dem Boden rauskommen, die sind gar nicht so schlimm, habe ich das Gefühl. Hier ist einfach Feuer. Habt ihr Feuer bei euch? Seid ihr weiter durchgelaufen? Ja, bei mir ist hier einfach so ein Feuerraum, wo die ganze Zeit... Oh nein, meine Katzen in die Stacheln... Hier ist ein Raum, der ist einfach voller Spinnweben. Voller Spinnweben? Oh mein Gott, ich sehe den. Okay. Oh, was? Der sieht echt voll schlimm aus. Komm, Kira, lass den zusammen machen. Lol, ich habe das gerade vollgelegt. Okay, ich habe was? Ich habe das Feuerteil. Zack. Zack. Blup. Ja, das ist hier jetzt nicht... Oh mein Gott. Ich habe das hier schon, Lizzie. Das ist machbar, es ist tatsächlich machbar. Das mit dem... Oh mein Gott. Das mit den Spinnweben, ja! Ich habe die Spinnweben geschafft. Acht los. Hey, ich glaube, wir sind fertig sogar. Wir haben jetzt alle gefunden. Ja, wir haben alle. Oh, jetzt müssen wir nur noch alle rausgehen. Komm, wir schaffen das. Einfach mit ein bisschen... Wir schaffen das. Okay, wir haben noch drei Minuten, also... Und wir haben noch... Ich töte mich sogar, dann komme ich schneller sozusagen wieder zurück. Weil wir haben eh zehn Leben. Ich töte mich, dann komme ich schneller zurück. Aber wo ist denn überhaupt der Ausgang? Wir haben alle Relics. Ah, dahinten. Yeah! Der einfach... Und ich weiß nicht. Wo ist das Ausgang? Du musst weiter geradeaus gehen, Kira. Yeah, yeah! Wir haben es endlich mal alle geschafft. Also, wir haben immer noch zwei Minuten... Also, wirklich, der leichte Modus ist wirklich richtig leicht, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Aber der schwere Modus ist halt richtig schwer. Geschafft! Ja, das stimmt. Der schwere Modus ist wirklich richtig schwer. Und damit hätten wir es mal wieder geschafft. Meine werten Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen. Das waren Kira, Anna und ich. Und wir werden das nächste Mal wieder mal um den Tempel springen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao! Bye! 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 Vielen Dank.